Nachdem wir uns jetzt mit der Strommessung auseinandergesetzt haben, wollen wir noch die Spannungsmessung natürlich betrachten. Und nachdem wir die Strommessung schon genauer analysiert haben, gehen wir einfach von einem Strommesser aus, mit dem man auch die Spannung messen kann. Und die Art und Weise, wie man das macht, ist eigentlich relativ einfach. Wir zeichnen uns wieder ein Netzwerk auf, von dem wir ausgehen. Wir benutzen also wieder eine reale Spannungsquelle hier, mit irgendeinem Innenwiderstand und einer Leerlaufspannung. Und dieses Mal gehen wir einfach her und schalten unser Strommessgerät direkt in den Kreislauf ein. Und damit es ein bisschen realitätsnäher wird, fügen wir wieder so einen Lastwiderstand hier ein. Wir betrachten jetzt einfach die Maschen, das heißt die Spannungsmaschen, die in dem Netzwerk hier auftreten. Und davon ergeben sich eigentlich zwei Stück. Zunächst einmal gibt es die Masche hier, das heißt man hat die Spannung, die am Messgerät selber abfällt und die Spannung, die am Lastwiderstand abfällt. Und daraus ergibt sich eigentlich ganz einfach, die Spannung am Lastwiderstand muss gleich der Spannung am Messwerk sein. Das ist natürlich erstmal sehr schön. Damit kann man nämlich, auf diese Art und Weise kann man nämlich sagen, dass man die Spannung, die am Lastwiderstand abfällt, durch Parallelschalten von diesem Messgerät erfassen kann. Und dann betrachtet man auch die größere Masche, viel mehr gibt es ja hier drinnen nicht. Das wäre also die Masche, die mit der Leerlaufspannung anfängt, dann den Abfall am Innenwiderstand selber hat. Hier fließt ein Strom I angenommen, das heißt hier fällt eine Spannung Ri an dem Widerstand ab und am Ende fällt natürlich noch eine Spannung am Messwerk selber ab. Was man daraus direkt folgern kann, ist eigentlich, dass die Spannung am Lastwiderstand gleich der Spannung am Messgerät gleich der Leerlaufspannung minus I mal den Strom durch den Innenwiderstand sein muss. Und was jetzt natürlich das Ziel ist, man will möglichst genau die Leerlaufspannung bestimmen in diesem Fall von der Stromquelle. Das heißt, der Spannung, die tatsächlich hier am Lastwiderstand oder am Messwerk abfällt. Und man hat hier nur noch diesen Term vom Strom mal dem Innenwiderstand. Und um den gering zu halten, gibt es natürlich zwei Möglichkeiten. Entweder kann der Innenwiderstand gering sein oder man versucht einfach diesen Strom I möglichst gering zu halten. Und wie bekommt man den Strom möglichst klein? Indem man hier den Strom durch das Messwerk angenommen, dass dieser Lastwiderstand nicht existiert, möglichst klein hält. Das heißt, indem man den Widerstand am Messwerk möglichst groß wählt. Und das gilt für Spannungsmessungen dann auch wiederum ganz allgemein, dass der Widerstand des Messwerks bzw. Messgeräts möglichst groß sein soll. Das heißt, die Spannungsmessung immer sehr hochohmig durchgeführt werden sollte. Jetzt betrachten wir wieder den Fall, dass nur die Leerlaufspannung bestimmt werden soll. Das heißt, ohne Lastwiderstand Rb in dem Fall. Das hat sich auch sehr schnell erledigt eigentlich. Die Leerlaufspannung ergibt sich ganz einfach als der Strom mal den Gesamtwiderstand. Das heißt, Ri und Am, die hier in Reihe schalten, zusammengenommen. Und die Messwerkswiderstand, äh, die Messwerksspannung ist einfach der Strom, der durchs Messwerk fließt, mal Rm. Und wenn man jetzt das Verhältnis betrachtet von der Spannung, die am Messwerk abfällt, zur Spannung, zur tatsächlichen Leerlaufspannung, die sich ja auf die beiden Widerstände aufteilt, erhält man ein Verhältnis von 1 geteilt durch 1 plus Ri geteilt durch Rm. Und hier erkennt man auch schon gleich wieder das, was ich zuvor gesagt habe. Man will natürlich dieses Verhältnis möglichst gleich halten. Das heißt, man will mit der Spannung, die man am Messwerk misst, direkt die Leerlaufspannung, die hier unten steht, bestimmen. Das heißt, das Verhältnis soll 1 sein. Und das bedeutet, dass der Messwerkswiderstand hier an der Stelle möglichst groß sein sollte, um diesen ganzen Term einfach zu 1 klein zu bringen. Gleichzeitig sieht man aber auch wiederum, ist der Messwerkswiderstand zu klein gewählt und liegt irgendwo im Bereich dieses Innenwiderstands. An der Stelle kann es tatsächlich passieren, dass man bei einer Messung der Leerlaufspannung sehr schnell nur die halbe Leerlaufspannung misst, wenn man einen Messwerkswiderstand hat, der sich in der Größenordnung vom Innenwiderstand bewegt. Das gilt es natürlich zu vermeiden. Wie bei der Strommessung betrachten wir jetzt abschließend noch die Fehler, die sich aus der Messung ergeben. Dazu berechnen wir uns wieder die absolute Fehlerspannung und setzen sie relativ zur Leerlaufspannung, die man eigentlich stets messen will am Messwerk. Und haben hier die Messwerksspannung minus die Leerlaufspannung, die man tatsächlich will, geteilt durch die Leerlaufspannung. Und das lässt sich wiederum ausdrücken als den Widerstand geteilt durch den Summenwiderstand über Messwerk und Innenwiderstand, minus 1. Und das hier lässt sich wiederum zusammenfassen zu minus i geteilt durch Innenwiderstand plus Messwerkswiderstand mal 100%. Wie zuvor erkennt man, es ist ein systematischer Fehler, der lässt sich theoretisch korrigieren. Die Spannung wird stets ein bisschen zu klein gemessen und man soll deshalb versuchen, den Fehler hier möglichst gering zu halten. Wie kann man das schaffen? Indem man den Nenner möglichst groß macht. Am Innenwiderstand kann man normalerweise nichts ändern. Das heißt, für großes Rm geht dieser relative Fehler gegen 0. Und das Ziel sollte es sein, wenn man das Rm relativ groß wählt, das heißt, wenn man davon ausgeht, dass Rm viel größer als der Innenwiderstand ist, was normalerweise der Fall sein wird, von vornherein geht dieser Fehler natürlich einfach gegen den Term Innenwiderstand geteilt durch Messwerkswiderstand mal 100%, da sich der Innenwiderstand hier dann gegenüber dem Messwerkswiderstand sehr einfach vernachlässigen lässt. Wie beim Strommesser gilt es jetzt noch, den Messbereich zu erweitern. Das heißt, in diesem Fall will man den Messbereich zur Spannungsmessung erweitern. Man geht aber davon aus, dass man ein Strommessgerät hat, dessen Messbereich auch schon eventuell erweitert werden sollte. Das heißt, man hat eine Schaltung, man will hier irgendeine Spannung ummessen, die an der Stelle einfach besteht, zwischen den zwei Anschlusskontakten, und benutzt hier an der Stelle ein Messwerk mit Innenwiderstander M, dem ein Widerstand parallel geschaltet ist, der ist schon nötig, um den Messbereich des Strommessgeräts zu erweitern. Und jetzt hier zusätzlich aber noch mit einem Vorwiderstand versehen worden ist, an dem einfach ein Teil der Spannung abfahren soll, die man nicht hier mit dem Messwerk messen kann. Berechnet man jetzt einfach die Verhältnisse vom Vorwiderstand zum Parallelwiderstand, zum Messwerk ergibt sich, dass diese Gesamtspannung U hier sich zusammensetzt aus der Messwerksspannung plus der Spannung, die am Vorwiderstand abfällt. An Rp wird dieselbe Spannung abfallen wie an Rm, so wie wir es zuvor behandelt haben bei der Strommessung. Das heißt, man hat hier noch die Spannung, die am Vorwiderstand abfällt, und das wiederum wäre dann hier, das hier ist die Spannung, die am Vorwiderstand abfällt, plus I, und jetzt muss man sich überlegen, was fällt am Messwerk ab für eine Spannung, das ist der Strom I, mal den Gesamtwiderstand der Parallelschaltung des Messwerkswiderstandes zum parallel geschalteten Widerstand, deswegen heißt er auch so, das heißt Rp mal Rm geteilt durch Rp plus Rm, und das lässt sich wiederum umformen dazu, dass dieser Vorwiderstand U geteilt durch I minus, und jetzt kommt einfach ein Widerstandstermin, konstanter, geteilt durch Rp plus Rm sein sollte. Was jetzt hier drinnen steckt, ist der Parallelwiderstand, den man benutzt hat, um den Messbereich des Strommessers zu erweitern, und gleichzeitig auch der Strom durch dieses Messwerk, beziehungsweise durch das Messwerk mit Parallelwiderstand, das heißt, den Strom, der durch dieses Gesamtsystem, dieses erweiterten Messgeräts, fließen kann, und die Spannung, die man tatsächlich messen will. Alles zusammengenommen, ergibt sich eine Regel für den Vorwiderstand, den man hier sieht, alles zusammengenommen, erkennt man aber auch, wurde der Messbereich für I, also ist dieses I falsch gewählt, gegenüber dem U, können sich hier auch negative Widerstände oder sinnlose Ergebnisse ergeben, sodass es auch immer gilt, diesen Parallelwiderstand, Rp, so zu wählen, dass I den richtigen Umfang hat, um einen Vorwiderstand zu erhalten, den man auch tatsächlich einsetzen kann, beziehungsweise benutzen kann. Alles zusammengenommen, kann man jetzt natürlich wieder ein Messgerät konzipieren, das sowohl für Strommessung, als auch Spannungsmessung geeignet ist und einfach mit entsprechenden Vorwiderständen und Parallelwiderständen ausgestattet ist, die miteinander so verschalten sind, dass man jederzeit den richtigen Spannungsbereich, beziehungsweise den richtigen Strombereich auswählen kann, damit das Messgerät eine große Bandbreite an Strömen und Spannungen hat, die es darstellen kann. Die genaue Schaltung davon will ich wiederum nicht genau jetzt hier durchsprechen, sondern die können wir dann in den Übungen weiter behandeln.